Die Firma EMCO stellt dieses Jahr auf die EMO eine neue Maschine, eine neue Dimension für die Firma EMCO. Wir haben unsere Produktpalette iPatern erweitert. Wir sind gestiegen, wir haben die iPatern 200, das größte Dreh- und Fräsebearbeitungszentrum auf einer Länge von 6 Metern, wo wir Teile bis ein Drehdruckmesser für 1000 Millimeter drehen und fräsen, wo wir komplett färten können. Als K100 Fräschspindel drauf mit 640 Newtonmeter und mit 80 kW und mit einer sehr stabilen Y-Achse bin ich alle, die 600 Millimeter machen kann. Die Hauptspindel ist ein neues Spindelkonzept von der Firma EMCO, wo wir bis 6400 Newtonmeter erreichen und trotzdem die 1600 Umdrehungen können wir die 84 kW bringen. Die Firma EMCO ist im Endeffekt von der Firma EMCO von Salzburg spezialisiert in die große und kleine Drehmaschine und in Automationszentren, Fräsmaschine und Bearbeitungszentrum von der Firma Farmhub und die Firma Meckhoff. Und so haben wir zusammen unser Know-how in diese Maschine gebracht, also wirklich unsere Produktpalette erweitert und problemlos unsere Vision in die Zukunft gelegt.